Hallo, ich bin Carmen-Claire Wethere und begrüße Sie in meiner Galerie in Contro in Althorff. Meine aktuelle Ausstellung heißt das kleine Format und ich zeige kleine Formate von 30 Künstlerinnen und Künstlern, Arbeiten aus über 100 Jahren. Dabei sind ganz verschiedene Genres auszusehen. Malerei, Skulptur, Grafik, Stickarbeiten, Spraykunst, Plastiken, Objekte. Ich würde mich freuen, Sie in dieser ganz bunten Ausstellung begrüßen zu dürfen bis zum 23.12. diesen Jahres. Untertitelung des ZDF für funk, 2017